Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dave the Diver. Wir haben hier oben Quests und zwei Tagen ist das Quallen-Event. Da brauchen wir sehr viele Quallen zu verkaufen, also zum Verkaufen. Und wir haben einen Whip in einem Tag und da können wir eben mal auf der To-Do-Liste schauen. Warte mal, das Lieferung ist was anderes, das ist Lichtquelle. Hier die Gourmetprüfung und tatsächlich haben wir schon alles dafür. Ah, sehr schön. Das heißt, wir müssen dafür überhaupt nichts mehr machen. Sehr gut. Oh, warte mal. Eine Sache noch, da steht nämlich, wir sollen Duff anrufen. Am Feuer, hier ist noch irgendwas neu. Hängen Sie Yoshi. Und wenn man sich vorstellt, dass Sushi aus tropischem Fisch so gut schmeckt, es ist unglaublich. Ja, kriegt von mir... Warte mal, noch irgendwas? Hier haben wir noch nicht, oder? Ich kenne das hier mal gar nicht, ehrlich gesagt. Bronze, Silber? Ist das nicht erfüllt damit? Hm, scheinbar nicht. Ich kann hier nicht runterscrollen, leider. Hm, da weiß ich auch nicht. Meine Seite, okay. Silber 20, 2, das haben wir schon gemacht, ne? Und wie komme ich hier runter? Also ich versuche gerade irgendwie runterzuscrollen. Ah, so. Ah, okay. Naja, ein bisschen noch. Na gut. Noch irgendwas? Marinka? Nö. Wir können mal gucken, ob wir irgendwas vielleicht kaufen können. Hier, oh, ein roter Seestern. Okay, wir sollten nach einem roten Seestern schauen. Aber die haben wir doch schon, oder? Oder nicht? Ne, die haben wir noch nicht. Roter Seestern. Okay, das sollte sich doch auftreiben lassen. Dann gucken wir hier mal. Können wir wie viel... Oh, wow. Wir haben nicht viel Geld. Wo haben wir das denn her? Nicht schlecht. Ähm, ja, Luftlevel, ne? Hieß es nicht? Ach wohl, ne, die Zutaten, die waren weiter unten zu holen. Die haben wir aber schon. Ähm. Hier mit der Max... Ich mache aber trotzdem die Max-Tiefe. Weil wir schon gemerkt haben, dass wir gerade nicht so weit runterkommen. Achso, aber wir nehmen Licht vor allem. Ja gut. Naja, trotzdem. So, und los geht's. Ich denke, ich sollte zuerst anrufen. Wen soll ich denn anrufen? Den Duff. Ich weiß. Hier. Ach, warum bist du so wütend, Duff? Ich habe eine limitierte Version der Lea's Can-Figur bestellt. Aber sie ist seit über einer Woche nicht gekommen und ist das zu glauben. Sie kommt mit einer Serienummer und einem limitierten Kunstband, das es nur bei dieser Fassung gibt. Boah, beruhig dich ein bisschen. Alle scheinen sich wegen dieses Lieferstops aufzuregen. Ich glaube, es muss eine Art Unfall gegeben haben. Um zu erkennen, was vor sich geht, benötige ich die Tiefseestirnlampe. Aha, natürlich habe ich sowas in meinem Lager. Aber ich kann sie dir nicht umsonst überlassen. Es gibt eine Bedingung. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Bitte finde meine Lea's Can-Figur. Sie befindet sich in einer pinkfarbenen Lieferbox. Du wirst erkennen, wenn du sie siehst. Ich glaube, die haben wir schon gesehen. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe für dieses Paket besondere Behandlung angefordert. Somit sollte es eigentlich nicht fortgespült worden sein. Wenn das Schiff, auf dem sie transportiert wurde, gesunken ist, sollte sie irgendwo in der Nähe sein. Finde sie für mich. Und ich gebe dir die Tiefseestirnlampe. Oh Gott, da war der Hai. Ah, erst muss ich den Standort von dem gesunkenen Lieferschiff finden. Haben wir schon, haben wir schon. Ja, ich freue mich. Sollten wir aber eigentlich finden. Das war auch sehr weit unten und da war halt dieser Riesenhai. Das weiß ich noch. Uff, okay, okay. Geht schon. Wenn wir roten Seestern finden, dann sollten wir den mitnehmen. Hm, ich höre laute Geräusche von da drüben. Ich sollte mir das mal ansehen. Oh nee, nicht jetzt so. Da habe ich jetzt gar keine Zeit. Nein, nicht die Delfine. Oh Menno. Lass dir in Ruhe. Hey, warum belästigt ihr ständig diese Delfine? Du bist also derjenige, der immer wieder unsere Pläne durchkreuzt? Ich sehe es dir direkt an. Du brauchst mal eine ordentliche Lektion. Mach dich besser bereit. Oh oh. Ähm, Hai. Ich wollte sie nur erschrecken. Naja, dann sehen wir mal, ob ich sie besiegen kann. Hai, sieh nicht. Hai, sieh nicht. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Äh, ich kann da gar nichts machen, ne? Okay. Also die Dinger... Oh, scheiße. Das scheint dir alles nicht zu interessieren, irgendwie. Versuch mal ranzukommen. Okay, also... Ein Messer funktioniert. Ich mach mal so weiter. Okay, ich glaub den haben wir. Ah, das geht auch. Gut. Das bringt auch ein bisschen mehr. Deutlich mehr. Wobei ich die somit ein bisschen gut festhalten kann. Bist du schon erledigt? Ach ja, der ist schon. Okay. Ja. Okay, so schwer war es gerade. Neuer Unterwasserfreund. Delfin bitte abgeschlossen. Steam Erfolg. Ach, wir ziehen uns für heute zurück. Aber... Und lassen wieder von uns hören. Okay. Okay. Bis nächste Mal. Ich freu' mir. Ähm, hallo. Okay. So, Delfinchen. Geht's euch gut? Ja. Ich hoffe, die sind jetzt in Sicherheit. Aber ich glaube noch nicht, ne? Vermutlich nicht. Soll ich euch folgen? Ich weiß nicht genau. Verrostete Delfinheitskette haben wir geschenkt bekommen. Hm, er hat sowas wie ein altes Amulett hinterlassen. Ich soll das später identifizieren. So, abgeschlossen. Besiege die Piraten. Sehr schön. So, jetzt müssen wir das Schiff finden. Mhm. Sehr gut. Aber wir haben gerade keine Muni, ne? Ich weiß gar nicht. Hier runter oder weiter rechts? Naja. Na, wird schon. Oh, wir haben nicht mehr sehr viel... Sehr viel Sauerstoff. Ich hoffe... Aber hier war, glaube ich, eigentlich genug. Müsste ich hier nicht welche kommen? Hm. Ah, die Stelle hier mag ich nicht. Okay. Ja, so sieht's schon mal gut aus hier. Aua, scheiße. Boah, wir brauchen unbedingt Sauerstoff. Ah, kacke. Ja, das war nicht so schön. Ist das Sauerstoff? Nee, ne? Da. Okay, gut. Nein. Nein, 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 nein. Ah, der nervt. Scheiße. Nein, nein, hör auf. Oh Gott, ich brauch den Sauerstoff jetzt aber ganz, ganz dringend. Nee, lass mich in Ruhe. Oh nein, jetzt sterbe ich. Oh, das gibt's doch nicht. Ernsthaft? Okay, wir sind tot. Keine Chance. Kacke. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, das ist doch voll scheiße. Oh, wie doof. Habe ich das jetzt trotzdem mit den Delphinen? Ja, ne? Wir wurden nur quasi rausgeholt. Oh, ist das dumm. Oh, diese Wasserstrude. Das ist so scheiße einfach. Ja, blöd gelaufen. Naja, gut. Kann man nicht ändern. Delphinenheizkette. Ich war halt auch jetzt super, ja, ungeduldig gerade, weil ich wollte einfach nur schnell an den Sauerstoff überlegen. Dann konnte ich den nicht einfach andrücken. Dann dauert das natürlich und dann hat der Fisch schon wieder angegriffen. Okay. So, mehr sprinten. Schön. Schneller bewegen. Muss ich mir die erst irgendwie anlegen? Ich weiß es nicht mehr. Album, Einstellung, Verwaltung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ob ich die irgendwie anlegen muss oder so? Ich weiß es einfach nicht. Hm. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich sehe jetzt halt hier nichts, wo ich es ausrüsten könnte. Aber mir ist so, als hätten wir das andere auch ausgerüstet. Aber ich finde jetzt hier einfach gerade nichts. Okay, wir gehen weiter. Dann kann ich das irgendwie hier so... Nee, kann ich nicht. Okay. Wir können es nochmal versuchen. Ah, das da ist echt blöd. Hm. Na gut. So, jetzt mal ein bisschen mehr Ruhe. Oh, jetzt sieht es hier ein bisschen anders aus, ne? Oder? Ja. Na, ich nehme aber eigentlich lieber die. Muss ich zugeben. So, wir versuchen es nochmal. Wäre gut, wenn wir zwischendurch nochmal irgendwo Sauerstoff finden. Das dauert einfach viel zu lange bis da unten ohne Sauerstoff. Oh. Hier ist auch ein Frack, aber das ist nicht das Frack, was wir wollen. Wir haben das schon gesehen. Also ich bin mir sicher, dass das die rosane Packung war, äh, die ich schon mal da unten bei dem Hai entdeckt habe, bei dem gesunkenen Schiff. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja. Okay, hier haben wir schon mal Sauerstoff. Jetzt hätten wir noch nicht wirklich gebraucht, aber gut. So mehr, so besser. Oh, Kalksteinhöhle. Ist das richtig? Weiß ich nicht. Ah, ich hasse diese Dinger. So sehr. Und euch Anglerfische kann ich auch gar nicht leiden. Oh Gott. Die sind auch echt schnell. Au. Scheiße. Nicht geguckt. Nicht aufgepasst gerade. Wir müssen halt aufpassen, wenn wir da sind, ist nämlich auch immer noch der Hai. Schläft er gar nicht ein? Noch ist er. Au. Jetzt wollte er sogar weg, ne? Naja, gut. So, nochmal Sauerstoff. Kommen wir da runter? Ja, sieht gut aus. Ich weiß halt nicht, ob wir hier auf der richtigen Höhe sind. Blaues Loch. Oh, nein. Das ist zu tief sogar. Äh, ja. Links oder rechts ist jetzt die Frage. Hm. Schwimmen wir nach rechts? Achso, kann ich nicht. Na, wo war er? Ich meine, wir müssen es nicht gleich schaffen. Ist auch okay. Also dafür gibt es jetzt, glaube ich, kein Zeitlimit. Ich weiß gar nicht, ob ich von vorhin den roten Seestemmen behalten durfte. Deswegen nehme ich den mal mit. Könnte da rechts drüben sein vielleicht. Ja, war guter. Gute Nacht. Hoffe ich. Wääh. Wääh. Na? Einschlafen oder nicht so? Ja. Dann nehme ich dich gern mit. Super praktisch. Mega. Ja, hier. Hier ist es. Da ist der Hai. Jetzt hoffe ich, dass wir uns vorbeischleichen können. Okay, sehr gut ist. Ne, er hat uns gesehen. Hä? Oh nein, das ist jetzt gar nicht mehr hier. Bei dem Hai. Aber das war vorher bei dem Hai. Ah, wie ätzend. Das ist nicht gut. Aber wo ist es denn jetzt? Wenn es nicht mehr hier ist? Hm. Das war vorher bei dem. Oder war es noch ein anderer Hai? Das kann natürlich auch sein. Vielleicht bin ich jetzt zu weit rechts und es war einfach weiter links. Hm. Wir können auch nochmal ganz nach links schwimmen. Oh, ne. Hier. Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Ja. Oh Gott. Hab ich mich erschrocken? Oha. Ich habe mich ganz sehr erschrocken. Ich dachte, irgendwas hat mich wieder angeknabbert. Oh. Ich weiß nicht. Ne. Hier komme ich nicht lang. Das Problem ist, wir haben jetzt hier auch schon sehr viele von den Sauerstofffässern weggeschnappt. Aber gut, es gibt sehr viele Rückrufdinger unterwegs. Also geht schon. Wir gucken mal links. Wir gucken mal. Vielleicht gibt es das jetzt auf der Karte auch nicht. Weil die Karte ist diesmal halt auch eine andere, ne? Als wir jetzt sonst immer hatten. Gut. Oha, da oben. Links oben. Zu dem möchte ich ungern. Das Skelett. Sauerstoff. Okay. Ich ignoriere das jetzt mal alles ein bisschen. Ihr merkt es wahrscheinlich schon. Warte mal, was ist man hier? Ne, hier geht es nicht weiter. Wir haben das hier, glaube ich, auf der Karte tatsächlich einfach nicht. Oh. Interessant. Oder war das jetzt doch ein anderes Wrack? Und das war das, wo was vorhin vorbeigeschwommen ist. Aber das wäre viel zu hoch gewesen. Oh Gott. Ja, hi. Tschüssi. Mit dir möchte ich nicht. Ne, ne. Bleib mal. Bleib mal, wo du bist. Ist okay. Ja, hier schon wieder. Vielleicht bin ich auch einfach schon zu hoch tatsächlich hier mit den ganzen Dingern. Ja, ich komme nicht weg. Scheiß, Scheißstrudel. Ich konnte nicht aus der Ecke wegschwuchen. Aber das hier wäre auch schon wieder viel zu hoch, oder nicht? Ich weiß es nicht. Also mich hatte schon das mit Kalksteinhöhle. Ich weiß nicht, ob das wirklich so tief war mit der Kalksteinhöhle. Vielleicht auch eher auf dieser Ebene hier. Ich glaube, ich war zu tief. Ich glaube tatsächlich, wir sind zu tief geschwommen. Problem ist, jetzt ist es halt schon... Machen wir noch weiter? Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal Sauerstoff finde. Hm. Ja, dankeschön. Sehr freundlich. Das sieht irgendwie nicht gut aus. Mich hier jetzt schon wieder ganz rechts. Blöd, dass ich jetzt die Karte wechseln musste. Weißt du, auf der anderen Karte kannte ich mich schon voll gut aus. Aber auf der hier leider nicht. Die hier irritiert mich jetzt leider doch ein bisschen. Rückruf, okay. Ja, schon wieder so ein Schwertviech. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass der normale Hai... Ich weiß es wirklich nicht. Oh. Lass mich mal in Ruhe, kleine Maus. Okay. Nee, keine Ahnung. Also hier oben wird es nicht sein. Ja gut. Dann nicht. Dann nicht. Ein andermal. Sag mal, was willst du denn von mir? So. Und die ganze oben wird es halt auch nicht sein. Das wird schon irgendwo da unten sein. Ja. So, ein paar Fische haben wir dennoch nebenbei mitgenommen. Lustigerweise. Alles, was so an uns hier vorbeigewommen ist. Und wir mit dem ZZ-Pfeil angehittet haben. Ja, hier ist gar nochmal Sauerstoff. Aber ich will nicht nochmal runter, ehrlich gesagt. Da unten gibt es halt jetzt auch keinen Sauerstoff mehr. Deswegen wäre es jetzt ein bisschen... ...ein bisschen gefährlich. Das Einzige, was ich mitnehmen würde, es werden hier jetzt noch Quallen werden. Aber ich glaube, dafür sind wir zu hoch. So langsam. Ja, ich denke... ...wir gehen hoch, oder? Ich finde es hier halt einfach nicht. Also, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt auf der ganzen Karte war und das einfach nicht entdecken konnte. Deswegen gehen wir mal hoch. Ist okay. Ich hätte gern wieder die andere Karte dafür. Oh, kleine Netzkanone haben wir vollständig. Sehr schön. Ich weiß doch noch gerne, wo wir das Ding ins Ausbauen. So, die Netzkanone ist hier. Können wir auch herstellen. Das ist die Frage, wollen wir das jetzt... Ah, kostet halt auch Geld. Also, würde ich jetzt, glaube ich, erstmal gar nicht machen. Wir haben halt den. Und den finde ich schon mega cool. Kann hergestellt werden. Aber haben wir halt schon. Oh, das Scharfschützen wäre auch nett. Nee, nee. So, wir gehen ins Restaurant. Immerhin konnten wir heute die Delfine retten. So, Vip kommt ja erst am nächsten Tag. Der ist nicht heute. Und dann das da. So, was haben wir denn hier? Neue Zutaten. Bei Personal ist was neu. Moment. Was ist mit Kyoko? Weiß es nicht. Warum hatten die da so eine Glühbirne? Training würde die gerne machen. Oh, Getränke. Ja, komm, das machen wir. Ich hasse das mit den Getränke servieren einfach. Wenn die das machen kann, finde ich das sehr gut. Okay. So. Haben wir hier irgendwas? Keine da. Okay, der von damals ist scheinbar nicht mehr da. Ja, und jetzt anheuern. Ja. Ach, hier ist er. Ja, der ist halt leider zu teuer. Okay. Menü. So, was wollen wir heute schönes servieren? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Sachen servieren, die der Dingens haben will. Aber ich glaube, Seeteufel wollte den nicht haben. Drei können wir den... Wir haben fünf. Ja, komm. Machen wir. Wir veredeln den. Ich gucke mir die immer wieder gerne an. Oh, so gut. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. So. Ganz ehrlich. Dann biete ich die restlichen zwei gleich mal an. So, was haben wir noch Schönes? Die Makrele. Seetang? Brauchten wir den? Ich habe echt Angst, jetzt irgendwas zu nehmen, was wir brauchen. Deswegen versuche ich die zu nehmen, wo ich weiß, dass wir sie nicht brauchen. Der rote Feuerfisch, ja. Ich hoffe, das war nicht die Quest. Vielleicht kann ich mir die Quest nochmal irgendwo angucken. Muss ich gleich mal schauen. Titandrückerfisch können wir mal... Oh, nee. So teuer zum veredeln. Erstmal so. Na, ist wenig, ne? Wir machen, glaube ich, noch was. Hier den Kardinalfisch können wir noch anbieten. Drei Stück. Okay. So. Ah, ich kann sogar auf mein Smartphone gucken. Gut, dann können wir nochmal auf Nummer sicher gehen. Die Seetraube Salz. Okay, das haben wir alles noch. Gut. Das habe ich nicht weggegeben. Ja, Interieur. Aber machen wir jetzt mal nicht, weil wir das Geld, glaube ich, sparen sollten. Gut. Dann wäre ich bereit. Sehr gut, dass die jetzt Tee servieren kann. Das ist eine super Hilfe. Ja. Den hier. Du kannst schon mal Sushi bringen. Ich mache den Tee. Ah, da hat noch jemand Tee bestellt. Okay. Ich glaube, die da hinten war zuerst da, wenn ich mich nicht irre. Jetzt war ich ein bisschen faul. Ich gibst du. Warte mal, wo geht die hin? Ich weiß es nicht. Okay, ich muss mal ganz hinten. Bitte warten, warten, warten. Ich habe schon, ich habe schon. Hier, ich komme schon. Ach, gut. Hier, bring mal bitte. Dankeschön. Bitteschön. Ich mache die hintere. So. Oh, schon das ganze Ding ist weg. Jetzt bestellen die schon noch Sushi. Hätte nicht gedacht, dass so viele kommen. Aber ich glaube, jetzt muss ich auch nicht mehr, ne? Ist schon, der Abend ist fast vorbei. Ah, komm. Die werden jetzt hier noch einfach ein paar Sushi-Platten aus. Okay. Jetzt kommt eh keiner mehr. Ich verpasse das leider immer. Ich nehme mir eigentlich immer vor, das dann noch zu erledigen, aber... Ach so. Oh Gott. Ich sehe es. Hä? Was? Äh. Was soll ich machen? Scheiße. Das haben wir noch nie gemacht, leider. Na gut. Die sind weg. Die sind nicht schlimm. So. Geschafft. Ah. Schade. Naja. Gut. So. Am besten war jetzt der Bräuhenkopf-Papagei-Fisch-Sushi. Okay. So. Okay. Nächster Tag. Und wir machen Schluss für heute. Oh ja. Heute ist der VIP-Besuch. Aber natürlich erst in der nächsten Folge. Huch. Cobra hat ein... Was? Was hat er denn hochgeladen? Oh Gott. Ich habe Angst. Haha. Jeden Tag mehr Gäste. Ich werde reich. Ja. Gucken wir mal. Und was ist hier schon wieder? Ach so. Immer noch wegen der Netzkanonne. Gut Leute. Dann schön, dass ihr heute dabei wart. War nicht... Naja. War mit Höhen und Tiefen. Diese Folge. Aber ja. Dann nächste Folge. Der VIP-Besuch. Mal schauen, wie es wird. Also dann. Bye bye.